So Freunde, wir sind gerade live im Stream und ich werde heute mal drei von den sechs AliExpress Köpfen testen. Ich habe die hier ready, weil ich eigentlich keinen Bock habe, sechs Köpfe alleine für ein Video zu rauchen und deswegen machen wir das jetzt im Stream. Heute mal die ersten drei Köpfe. Wir werden gleich mit dem Schlangenkopf hier anfangen und den mal bauen und schauen, wie der laufen wird. Ich denke, die werden alle rauchen auf jeden Fall. Also es wird nicht so sein, dass die überhaupt nicht rauchen werden oder so. Wenn man das mit HMD schön auf Kontakt baut, dann wird das schon einigermassen funktionieren. Aber nichtsdestotrotz werden wir alle einmal durchrauchen. Und hier haben wir auch noch den unzerstörbaren Kopf. Da werden wir dann ganz am Schluss vom Video noch testen, ob der wirklich unzerstörbar ist. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und bauen den ersten Schlangenkopf. Also hier haben wir das erste schöne Köpfchen am Start. Den guten alten Schlangenkopf, der ihnen einfach mal maximal hohl ist. Ich habe ein paar Köpfe Revoshi Grape Mint schon geraucht und der war eigentlich echt lecker. Und ich würde sagen, wir hauen den einfach mal rein. Ich werde alle Köpfe mit HMD rauchen. So, hier habe ich jetzt das HMD. Zitcloud HMD ist jetzt nicht perfekt sauber, aber wird den Zweck erfüllen. Und ich würde sagen, ich baue einfach mal einen Kopf hier. So, perfekt. Schauen wir mal, wie viel Tabak da rein muss. So sieht dann der fertig gebaute Kopf aus. Jetzt sagt sie sogar, ah doch, 18 Gramm sagt sie. Yes, da ist Kontakt da. Und dann würde ich sagen, ich haue Kohle rein. Und dann schauen wir mal, ob das gute Ding hier rauchen wird. So, also, der Kopf ist drauf. Ihr könnt sehen hier. So, wir haben jetzt etwa fünf Minuten gewartet. Plus, Minus und ich nehme mal den ersten Zug hier. Und dann schauen wir mal, wie das gute Ding hier laufen wird. Die ersten paar Züge. Also, ich bin mir gewohnt, dass ich drei Kohlen direkt rein machen kann. Äh, ich nehme mal eine Kohle runter, glaube ich. Schauen wir jetzt mal. Okay, geht etwas besser. Ich denke, weil der Kopf wirklich so dünn warnt ist, ging die Hitze direkt rein in den Tabak. Ähm. Aber das heisst halt auch, der wird null Hitze speichern. Aber ich denke, ich rauche einfach mal etwas weiter und melde mich dann zurück, wenn, ja, so in einer halben Stunde oder so zum Schauen, wie der bis da performen wird. So, Freunde, also, wir haben jetzt nur 15 Minuten geraucht. Aber ich kann auch jetzt schon ein Zwischenfazit dazu machen, nämlich Schmutz. Der Kopf performt überhaupt nicht. Der kommt gar nicht mit der Hitze klar. Ich habe auch eine Kohle rausgenommen, probiert. Ich habe den Kopf belüftet, hier mit der Newb. So, und, äh, ja, es drückt extrem und die Rauchentwicklung ist nicht gut. Also, ich kann kaum ziehen. Und ihr seht es, ja, da kommt kaum Rauch raus. Ähm, ich möchte den jetzt auch nicht mehr viel länger rauchen, weil es ist sehr, sehr unangenehm. Es kommt kein Rauch, es drückt. Und auch mit Lüften, mit Runterkühlen, mit weniger Hitze und alles, keine Chance. Wahrscheinlich ist der Kopf einfach viel zu dünnwandig, damit er gut laufen wird. Und ich würde sagen, wir schauen einfach den nächsten Kopf an und hoffen, dass es da besser wird. Da habe ich etwas mehr Hoffnung. Das ist der Atme Funnel hier. Ja, ja, da werden wir bei dem mal schauen und hoffen, dass es etwas besser läuft. Das Depot gefällt mir extrem gut bei dem Kopf. Aber wir haben ja noch einen zweiten von denen, den ich dann ein anderes Mal noch rauchen werde. Der eigentlich die gleiche Form hat, aber viel dicker gebaut ist, weil... Der ist halt wirklich saudünn. Aber ja, gehen wir rüber und bauen den mal und schauen, ob der besser läuft als das Ding da. Diesen Kopf hier werde ich jetzt mit Alufolie bauen, weil wenn man ihn mal anschaut, der ist eher klein. Sieht eigentlich aus wie ein Top-Kopf für Overpacking. Das werde ich heute jetzt mal nicht machen. Ich werde ihn einfach, wie ich immer, Alufolie baue, bauen. Weil dann weiß ich gleich Bescheid, ob das was wird oder nichts. So, wir werden hier drin den Aquamenta Blueberry bauen, weil da weiß ich auch, wie der normalerweise läuft in Alufolie, in jetzt einem ähnlichen Kopf oder so. Weil da machen wir jetzt keine zu grossen Experimente, dann wissen wir, dass nur der Kopf das Problem ist. Und sauber machen. 16 Gramm verbraucht der, wie ich ihn jetzt gebaut habe. Das ist auf jeden Fall ein schöner kleiner Verbrauch. Wie gesagt, dann könnte man auch gut Overpacking bauen. Und so sieht der fertig gebaute Kopf jetzt aus. Ungefähr, noch etwas sauber machen hier. Und dann spannen wir die Alufolie drüber und schauen, wie das gute Ding hier performen wird. Hä, der geht gar nicht gerade rauf. Warte, Fokus. Schau mal. Ah, das ist, weil hier unten drin ist so eine Kante. Und deswegen kann ich den nicht gerade drauf machen. Ja, perfekt. Also, der Kopf ist drauf. Steht extrem schief drauf. Aber ich würde sagen, wieder 5 Minuten warten und dann schauen, wie er läuft. So, also der Kopf ist jetzt gesichert. Hier mit einem Kohlegitter, das da nicht unterfallen kann, weil der geht wirklich nicht gerade rauf. Weil der unten so ein Bug drin hat, wo das eigentlich drauf geht. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den ersten Zug. Das sind jetzt sicher 5 Minuten. Die Kohlen sind nicht mehr so gross. Also mal schauen. Die Kohlen sind halt etwas klein. Aber da werde ich vielleicht nochmal nachlegen. Und einfach nochmal etwas warten. Wir sind auf jeden Fall auf dem guten Weg. So, also ich rauche jetzt etwa schon 30 Minuten mit dem Kopf. Und ich muss sagen, von der Performance her ist er auf jeden Fall viel, viel, viel besser als der Schlangenkopf. Also es drückt nicht, kratzt nicht, lässt sich ganz entspannt rauchen. Grüße gehen raus an Schmidi an dieser Stelle. Und ja, also vom Rauchen her würde ich wirklich sagen, der Kopf ist stabil. Ist jetzt nicht so, boah, Performance ist überkrass. Aber es geht gut zum Rauchen. Die Rauchentwicklung ist da. Der Geschmack ist da, wie gewohnt. Das einzige Problem, was ich halt mit dem Kopf habe, ist die Verarbeitung. Du hast keine Chance, dass der gerade auf der Dichtung steht. Ich habe auch verschiedene durchprobiert. Weil unten das einfach schlecht verarbeitet ist. Also nur schon deswegen ist es halt scheisse. Weil ich würde den jetzt nicht wieder auf eine Pfeife machen. Einfach weil der mir die ganze Zeit runterfallen würde. Oder besser gesagt, ich habe Angst, dass er mir die ganze Zeit runterfällt. Aber immerhin raucht er einigermassen gut. Und ja, dann würde ich sagen, Rauchentwicklungstechnisch und Performancetechnisch ist der Kopf definitiv gut. Aber die Verarbeitung ist halt maximaler Mucht. Deswegen auch zu dem Kopf hier Schmutz overall. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Kopf. Ich muss noch neue Ikonen legen und den gleich mal bauen. Das ist der sogenannte unzerstörbare Kopf. Da werden wir auch mal schauen, ob der wirklich unzerstörbar ist am Ende des Videos. Und dann nehme ich euch gleich wieder rüber. Und wir bauen den nächsten Kopf und schauen, wie der hier laufen wird. So, also schauen wir uns dieses Ding hier mal genauer an. Optisch finde ich den extrem schön. Sieht saugeil aus mit dem Blau hier und den Einfärbungen. Und das Depot sieht wieder einigermaßen groß aus. Aber wir werden wieder abwägen, wie viel das da mit reingeht. Aber ich schätze es um die 20 Gramm vielleicht. Den werde ich wieder mit HMD bauen, weil der oben sehr, sehr groß ist. Ich denke, der wird mit HMD einigermaßen gut performen, hoffentlich. Und ich werde wieder den Aquamenta darin bauen, weil ich den vorhin extrem lecker fand. Und einfach Bock habe auf nochmal einen Kopf. Dann würde ich sagen, rauf auf die Waage und schauen, wie viel das wir da mit reinschmeißen. So, also, wie viel haben wir? Wir sind bei 21 Gramm beim Fertigbautenkopf. So, passt auf jeden Fall drauf hier. Sieht gut aus so. Dann schauen wir gleich mal. Optisch kann der sich auf jeden Fall sehen lassen. Hier und da passt im Gegensatz zu dem von vorhin auch perfekt drauf hier. So, also, der Kopf ist aufgeheizt. Es kommt schon etwas Rauch oben raus. Und ich würde sagen, wir nehmen mal den ersten Zug her und schauen, ob er schon was kann hier. Hat immer noch etwas wenig Hitze, aber ist auf jeden Fall noch nicht zu heiß. Und bis jetzt gefällt er sehr gut. Ich denke, wir werden jetzt einfach mal noch etwas weiter rauchen und schauen, wie der sich halten wird hier. So, Freunde. Also, der Kopf hier läuft jetzt auch schon mindestens eine halbe Stunde. Und ich muss sagen, der performt wirklich gut. Also, die Rauchentwicklung ist gut. Der verträgt die Hitze ohne Probleme. Ich habe jetzt die dritte Kohle auch ziemlich schnell dann reingemacht. Und die Rauchentwicklung kann ich mal kurz zeigen. Ist auf jeden Fall auch am Start hier. Er raucht sich auch schön smooth. Also, drückt auch hier wieder nicht. Es tut mir fast etwas weh, dass wir mit dem gleich noch den Unzerstörbarkeitscheck machen werden. Aber wir werden es machen. Als erstes werden wir den einfach mal in Wasser rein droppen. Gleich, wenn er maximal heiss ist, in kaltes Wasser rein. Zum Schauen, wie er das handelt. Und dann ein paar Mal kräftig auf den Tisch schlagen. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier den Unzerstörbarkeitstest mache mit dem Ding. So, wir haben jetzt einen neuen Tag und einen neuen Stream. Und wir werden jetzt weitermachen und die nächsten drei Köpfe testen hier. Wir haben einmal diesen ganz, ganz dünnen, den wir heute testen werden. Den Totenkopf. Kopf, der ähnlich ist wie der Schlangenkopf. Und der hier, wieder ein weiterer Atmikopf, der sehr ähnlich ist wie der grüne, den wir im ersten Teil schon probiert haben. Aber der ist noch um einiges dickwandiger als der grüne. Ich denke, der hier wird auf jeden Fall am besten performen. Bei den anderen zwei habe ich etwas Angst durch die extreme Dünnwandigkeit, dass es sehr drücken wird und die Hitze nicht so gut handeln kann. Aber wir werden das herausfinden. Wir fangen ganz entspannt mit dem Dünsten hier an. Da habe ich schon Angst, dass der mehr in der Hand zerbricht. Wir bauen den mal und schauen mal, wie der laufen wird. So, Freunde, hier haben wir das wunderschöne Ding. Ich weiss noch nicht genau, wie ich das bauen werde. Wahrscheinlich werde ich das wie ein Funnel bauen. Aber bei dieser Kopffahrt könnte man das auch komplett drüber bauen. Aber ich denke, der wird auch so schon mehr als genug verbrauchen. Und deswegen werde ich das einfach wie ein Funnel bauen, ziemlich hoch. Ich werde wieder den Aquamenta Blueberry bauen, damit wir wieder denselben Tabak haben wie bei den letzten Tests. Ich habe da aus Versehen beim ersten Mal einen Falschen genommen. Hätte mehr Sinn gemacht, jedes Mal denselben zu nehmen. Aber jetzt bleiben wir beim Blueberry von Aquamenta. Und ich denke, ich werde den mit dem Zidcloud hier probieren, weil das passt einigermassen drauf hier. Das hält zwar nicht allzu gut, aber ich denke, damit sollten wir was hinkriegen. Und ja, dann baue ich das gute Stück hier mal. Also, gut. Schmeissen wir das HMD drauf hier. Das passt. Kohle rein und schauen wir, ob das gute Ding hier laufen wird. So, Freunde, der Kopf ist jetzt drauf. Ich habe jetzt mit zwei Kohlen und eine auf Stapel angefangen. Der letzte Kopf hat drei Kohlen ja überhaupt nicht vertragen. Es hat direkt gedrückt und gekratzt und was weiss ich. Deswegen hier mal mit zwei anfangen und ich melde mich in fünf Minuten wieder, wenn der Kopf ready ist für den ersten Zug. So, also nach dem kleinen Debakel hier sind jetzt fünf Minuten rum. Das war nicht das Problem des Kops. Eigentlich hält er wirklich gut hier drauf. Die Dichtung war noch etwas nass und deswegen ist er nach oben gerutscht. Also, der Kopf hält im Gegensatz zum letzten gut darauf. Jetzt sind etwas länger drei Kohlen mal drin gewesen, wegen der ganzen Kohle-Ret-Aktion hier. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal den ersten Zug und schauen, ob das Ding was kann oder ob es schon verbrägt. Verbrägt, verbrennt, schmeckt. Ich merke schon wieder so ein leichtes Drücken, dass ich mir nicht gewohnt bin von solchen Köpfen. Also von normalen Köpfen besser gesagt. Und ihr seht, es raucht jetzt nicht übermässig, also hat er nicht zu heiss. Aber er drückt schon wieder etwas. Aber bis jetzt geht es noch besser als mit dem Schlangenkopf. Ich denke, ich werde jetzt nochmal ein paar Züge nehmen und mich dann wieder melden, wenn ich dann etwas länger geraucht habe. So Freunde, wir rauchen jetzt vielleicht 10, 15 Minuten. Und auch dieser Kopf macht mir wieder Probleme. Ich habe jetzt nochmal eine Kohle nachgelegt, aber irgendwie kommt einfach die Hitze nicht richtig rein. Es kann sein, dass die durch die oberen Löcher direkt runter geht. Aber das ist beim Pfannenloch eigentlich auch so, dass es durchs Pfannenloch geht. Es kann sein, dass er zu dünnwandig ist und die Hitze nicht von unten in den Tabak reinkommt. Aber an sich hat der Kopf eigentlich sehr heiss. Er fängt auch minimal an zu drücken. Aber die Rauchentwicklung ist einfach nicht da, wie ich es gewohnt bin. Ich kann euch auch mal zeigen, wie es beim Entlüften aussieht. Also der hat extrem viel Hitze oben drin und drückt auch etwas. Aber sobald ich ziehe, kommt halt einfach nicht so viel Rauch, wie eigentlich müsste bei der Hitze, die er gerade hat. Ja, ich bin mir eigentlich Besseres gewohnt von anderen Köpfen im gleichen Setup. Da kommt viel dichterer Rauch, viel mehr Rauch. Es funktioniert allgemein einfach besser. Und dieser Kopf ist sowieso extrem dünnwandig. Also den würde ich auf keinen Fall irgendjemandem empfehlen. Und ich glaube, der hat auch irgendwie 6 Euro oder so gekostet. Das lohnt sich definitiv nicht. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Kopf. Das ist hier der nächste Admi. Wie gesagt, derselbe, den wir im letzten Video schon getestet haben. Einfach in dicker und einer anderen Farbe. Von dem mache ich mir eigentlich noch gute Hoffnung, dass der gut laufen wird. Den werden wir wieder mit Alufolie bauen. Ich denke, ich nehme euch gleich rüber. Und dann schauen wir mal, wie wir das gute Ding hier bauen werden. So, also 18 Gramm, 17 Gramm, 17, 18 Gramm hat er jetzt verbraucht. Das ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Ich spanne die Alufolie und dann schauen wir drüber gleich, wie das laufen wird. So, 5 Minuten sind um. Wir nehmen den ersten Zug von dem Kopf hier. Okay, erster Zug schon mal da. Kann wieder noch etwas mehr Hitze vertragen. Wir haben noch die Kohlen von vorhin drauf. Das heisst, er braucht etwas länger, um auf Temperatur zu kommen, als bei komplett neuen Kohlen. Aber bis jetzt, der erste Zug hat schon mal nicht gedrückt, nicht gekratzt und die Rauchentwicklung war okay. Nehmen wir noch mal ein paar Züge hier. So Freunde, ich rauche jetzt den auch schon eine gute Zeit. Und wie beim Grünen von denen, wie schon erwartet, der läuft. Also, da kann ich mich eigentlich nicht gross beklagen. Er drückt nicht. Die Rauchentwicklung ist gut. Seht ihr auch im Vergleich zu vorhin. Es qualmt viel, viel mehr. Ey, Ruhe, Whatsapp. So, seht ihr auch im Vergleich zu dem von vorhin. Also, die Rauchentwicklung ist viel besser. Es qualmt mir. Ja, der läuft einfach. Das wird sich jetzt auch nicht mehr gross verändern, bis der fertig ist. Aber ich werde den jetzt auch nicht mehr viel länger weiter rauchen. Weil am Ende weiss man nie, was man sich da alles reinzieht bei diesen Köpfen. Ich glaube, der hat irgendwie 2 Euro oder so gekostet. Und auch da empfehle ich nicht, euch den zu holen. Weil, ja, man hat keine Ahnung, was man sich hier reinzieht. Aber hier noch mal zum Zeigen. Der qualmt wirklich anständig. Der Geschmack ist wie gewohnt. Die Performance ist gut. Also, da bin ich wirklich positiv von überrascht. Da habe ich auch von Anfang an gedacht, dass der gut laufen wird. Einfach von der Depotgrösse, von der Beschaffenheit von dem Kopf. Der hat mir auch einen einigermassen hochwertigen Eindruck gemacht. Ja, aber jetzt gehen wir weiter zu einem Kopf, der mich wahrscheinlich nicht so überzeugen wird. Der Totenkopf, Kopf, hier. Totenkopf, Kopf. Man kennt ihn. Nur schon das Depot hier schreit förmlich. China Head. Und auch der ist wieder... extrem dünn. Und ja, dann gehen wir gleich mal rüber und bauen den. Den werden wir wieder mit HMD rauchen. Und dann schauen wir mal, wie der letzte Kopf in der Reihe hier performen wird. So Freunde, also. Wir haben hier den Totenkopf, Kopf. Auch hier wieder extrem dünnwandig. Ich mache mir nicht allzu grosse Hoffnungen. Und da oben drin sieht es auch ganz, ganz schlimm aus. Wieder mal. Mein Blueberry von Aquamenta ist fast leer. Ich sputziere die Reste noch aus. Und werde dann mit einem anderen Aquamenta noch auffüllen. Und dann zeige ich euch gleich, wie der Kopf fertig gebaut aussieht. Wir sind bei 18, 16. Vorhin waren es mal etwas mehr. Also so 16, 17, 18 Gramm. Also es hält sich eigentlich auch in Grenzen. Und wenn ich hier das HMD drauf mache, dann haben wir, ja, dann haben wir etwas Kontakt. Jetzt habe ich hier einen Teil der Blätter schon wieder rausgezogen, aus Versehen. Ähm, so sollte das eigentlich laufen. Also, HMD drauf und Abfahrt. So, also, Kopf ist drauf. Aussehen tut er auf jeden Fall sehr, sehr schick hier. Und wie immer 5 Minuten warten. Und dann schauen wir mal, wie der beim ersten Zug läuft. Ich habe wieder eine Kohle auf Kipp, damit er nicht zu heiss bekommt. Und hoffentlich noch etwas überleben wird hier. So, also 5 Minuten sind rum. Wir nehmen wie immer den ersten Zug und schauen mal, ob das Ding hier laufen wird. Okay, er hält sich noch gut. Er hält sich sogar noch sehr gut. Er drückt noch überhaupt nicht. Ich denke, er hat noch zu wenig Hitze. Wie immer, ich werde noch etwas weiter rauchen hier. Vielleicht die dritte Kohle mal reinmachen. Wenn es immer noch nicht geformt. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich so 10, 15 Minuten geraucht habe. Zum Fazit zu diesem Kopf hier. So, Freunde. Auch hier haben wir wieder dasselbe wie bei allen dünnwandigen Köpfen bisher. Es drückt und es kommt einfach nicht der nötige Rauch. Obwohl der Kopf eigentlich so warm ist, wie er sein kann. Ich habe die dritte Kohle auch hier wieder reingemacht. Ich kann es nochmal zeigen beim Kopfbelüften hier. Also der hat oben wirklich extrem viel Hitze. Und ich kann hier oben auch ohne Probleme anfassen. Also das ist lauwarm hier oben. Ich kann hier lange hinfassen ohne Probleme. Das heisst halt einfach, dass die Hitze nicht von unten in den Tabak reinkommt bei den ganz dünnwandigen Köpfen hier. Und deswegen drückt es halt einfach. Und es kommt nicht so viel Rauch, wie er eigentlich sollte. Also auch bei dem Kopf hier. Leider muss man sagen, weil optisch sieht er eigentlich wirklich auch mit dem HMD hier noch einigermassen noch etwas aus. Aber er läuft einfach nicht. Also ihr seht es, es kommt einfach fast kein Rauch und es drückt. Vorhin hat es mich gerade noch verhustet, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Also ich denke, das Fazit über alle Köpfe hinweg ist wirklich, dass die dünnwandigen Köpfe überhaupt nicht performen. Die Atmi, die liefen einigermassen gut, auf jeden Fall. Aber da war beim einen die Qualität extrem scheisse, dann war eigentlich okay. Aber alles in allem zum abschliessen dem Fazit zu den AliExpress-Köpfen, würde ich einfach sagen, macht es nicht. Zahlt lieber 20, 25 Euro für einen etablierten Kopf in Deutschland, als dass ihr für 8 Euro oder so irgendeinen Scheiss aus China bestellt, der sowieso nicht läuft, eine Scheiss-Qualität hat, euch schnell kaputt geht und ihr keine Ahnung habt, was ihr da alles reinzieht beim Rauchen. Und an dieser Stelle würde ich mich extrem freuen, wenn ihr ein Abo da lasst auf dem Kanal. Ich habe mich jetzt hier durch die 6 Köpfe durchgekämpft. Ich weiss nicht, wie lange das Video hier geworden ist. Wahrscheinlich zu lange. Aber lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da und es wird bald den nächsten AliExpress-Kopf geben, weil die Handgranate, die wir bestellt haben und die nicht angekommen ist, ist jetzt noch angekommen, die werde ich noch einzeltesten. Und dann wünsche ich allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, wir sehen uns. Tschüssi! So Freunde, wir haben jetzt hier ein Becken mit Wasser und den Kopf mit dem Kohlen noch drin. Ich nehme den jetzt gleich raus und nehme den Tabak dann ganz kurz raus und danach droppe ich den direkt hier rein, dass er von extrem heiß auf extrem kalt runtergeschreckt wird. Und ich denke mal, er wird daran keine Freude haben. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Also ihr seht, der Tabak ist jetzt draußen, der dampft immer noch schön und jetzt droppen wir den einfach mal rein und er lebt noch. Er lebt noch. Kein Knick in der Glasur hier. Also, ersten Test überstanden, das sieht alles immer noch sehr, sehr schön aus. Jetzt kommt der der wirkliche Unzerstörbarkeitstest. Also das Wasser hat er easy überlebt, aber jetzt wird er auf den Tisch gehämmert mit dem Ding. Wir fangen mal etwas langsam an. Der hält noch gut. Ihr seht halt nicht, wie fest das ich haue. Aber jetzt hält er noch. Oh, warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich bin gleich wieder hier. Schafft er es, den Nagel hier reinzuhauen? Der sitzt bombenfest drin. Der Kopf hat for real nicht mal eine fucking Delle. Oh Gott, er ist unten durch. Ja, okay, viel mehr als auf den Nagel kann ich den nicht auf den Tisch hauen. Vom Tisch jeaten. Ja, aber das seht ihr halt nicht. Aber warte, ich lasse ihn einfach mal auf den Boden fallen. Ja, aus etwa anderthalb Meter fallen lassen. Kein Problem. Kopf-Flip. Wer kennt ihn? Soll ich ihn mal vor einem Meter über den Tisch fallen lassen? No! Es hat ihn erwischt. Er ist unten gebrochen. Nein! Aber also oben ist er wirklich sauhart. Ich hole kurz den Hammer. So, schauen wir mal, ob wir das Depot kaputt kriegen. Ich hoffe, es wird eigentlich nicht zu laut für euch, aber ja. Okay. Ja, mit dem Hammer ist er... We did it! We did it! Aber der Kopf hat einen fucking Nagel eingeschlagen. Das, das muss man ihm lassen.